So, wir brauchen dahinten mehr Stroh. Und mehr Holz. Holzhammer. Das muss man kurz so machen. Wo ist... Da. Wie ich diese Sterne hasse. Ja, die sind zum Kotzen. Ich finde die Sterne nicht nervig. Hab mich schon mal gewöhnt. Also, ich finde sie noch nervig. Vor allem, weil die immer noch anziehen, egal wie schwach die sind. So. Das, das und das. Genau. Das war falsch. So. So. Hier wird wieder durch. Genau. Wie sieht es unten mit Netherrug aus? Obsidian und alles läuft. Das muss ich ohne automatisieren. So. 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 Und so. Hier. Passt. Jetzt hat er Strom Probleme. Allerdings. Es ist einfach OHA. Okay. Ich nehme das jetzt mal so. Und der andere Stern ist ja oben. Ach. Ach. Tyrox ist noch ein AFK. Ich weiß jetzt warum der vorhin Sloane es hatte. Warum? Weil er den Stern im Inventar hatte. Ja. Je nach Stern ja. So. Dann mache ich mich jetzt an die Solar Pendels. Da oder. Ja. Alles andere brauche ich. Also. Ich bin nicht so beschwert. Ich kann mir das nicht mal merken. Und. Und. 1, 2, 3, 4, 5 Stahl. Komplist Aluminium habe ich. Oh. 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 Ah. Oh. Ah. Oh. So, 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 let's see. Das, das mal hier. So, holen wir uns das hier raus. So, 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 so. So, so. So, das, 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 das. Zwei. Zwei, zwei, drei, vier. So, da gebe ich wieder zwei hin. So, so. So, so. So, so, so. Ich hab mal ein bisschen wasser gemacht. Ich hab so einen Wohlbläu und ich hab so einen Wohlbläu. Vielen Dank. Ja und oh. Und wie kann ich das, was ich will? Und wie kann ich das? Wie jetzt, was sind denn die anderen? Sessi ist wohl immer noch AFK, ich sehe aber halt auch gerade die Schlafecke unten nicht und Tyrox müsste auch untergemufft worden sein. Ah, die sind beide da unten. Genau das. Und noch mal 10 Stahl. So. Da fehlt mir ein Kanister. Und den Fuel Loader Hammer. Ähm, ich entscheide mich für 1. Hast du mich denn nicht auswählen lassen? Can of Food. Hm. Naja, ich hätte vielleicht mal gucken, was das für ein Warback ist. Nee, bei dir kommt wieder irgendein Müll raus. Das. Gar nicht. Das ist ja Lügen. Thermal Dingens. Das brauche ich für Redstone und Wolle. Wolle. Ah, bin ich bescheuert, ich habe doch alles hier oben. Wolle. Strings. Das. 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 Ich glaube ich kann gerade mal die Schuhe herstellen. Von was? Von der Thermal Rüstung. Ich bin jetzt dabei die Thermal Sachen zu machen. Ach so, ich muss gerade überlegen was du mit Thermal meinst. Jetzt muss ich nur gucken. Ach du Scheiße. Ja gut, wir haben ja noch ein paar Würmchen. Verdammt, das kann man nicht in die Map herstellen. Das, 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 das brauche ich. Das und das brauche ich. Ähh, fein Lufttank brauche ich. So. Und ein paar Zeppels brauche ich. Erde brauche ich. Und ich brauche ganz viel Platz. So. So, wieder die automatische Sieve aufgebüllt. Oh, macht Tyrox das nicht? Ähh, frage ich mich jetzt gerade auch. Andern ja. Wie spät haben wir es denn? Okay. Wundgefutter hat er eigentlich schon gemacht. Seltsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3. Ähh. So. Das und das. Das. Das, 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 das. Das, 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 das. Das ist doch da rein. Die Fackel muss wieder gesetzt haben. So. Ach ja. Ach ja. Ich hab ja noch Moongrat. Was ist das? Das war dumm. Dieser Stern. Was ist denn mit dem Stern? Ich bin alles gut. Ey, der Stern ist einfach nur nervig. Ah. So. Boom. Nochmal genug. Okay. Und jetzt hatten wir ein Problem. Was für eins? Strom. Strom. Ach, das ist doch kein Problem. Man kann auch ganz einfach Strom herstellen. Wie denn? Wenn du genügend Quests erledigst, hast du locker vier Stirling Generator. Ja. Die mit Holz. Wir sind bisher bei zwei. Ja. Befeuert die Ordnung. Mach die. Ähm. Die sind an. Ähm. Dann. Ja. Aber Strommangel hat hier jeder. Ne. Wir bräuchten unbedingt mal Dash. Ja. Das wär ja ein Sud. Dann haltet euch ran, dass ihr dann eine Rakete habt. Dass wir die ersten Planeten freigeben können. Euch. Äh. Oder werde ich. Plutonium. Du brauchst eigentlich auch bloß so eine Stern-Dinger herstellen. Und die anderen drei Sterne, die ihr noch habt, reinschmeißen. Der Stern-Dinger? Na hier diese, wo du den Stern reinmachst. Star Harrester. Genau. Denn, wenn ihr schlau gewesen seid, habt ihr euer Team erst erst erstellt. Ja, wir haben drei Sterne, aber die sollen wir den Star Harrester herstellen. Dafür braucht man Saphira. Äh. Ja gut. Und zwar Saphira von Space Pluto. Hi. Äh. Auch mal wieder. Was ist noch? Was ist noch? Okay. Was für ein Tier? Tier 3. Okay. Ich. 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 Ich.